Hallo Berlin! In diesem Video geht es um lineare Funktionen, ein Thema zur Wiederholung und ich werde euch erklären worum es da geht. Ich habe euch dazu drei sogenannte Funktionsgleichungen mitgebracht. Funktionsgleichungen erkennt man, dass ein y und ein x vorkommt und ich habe euch Funktionsgrafen mitgebracht. Naja, was ist der Zusammenhang? Im Koordinatensystem kennen wir doch auch Zahlenpaare, die x und y Werte und aus x und y Werte kann man Punkte benennen. Und das hat genau mit diesen Funktionsgleichungen zu tun. Das werde ich euch aber zeigen. Eine dieser drei Funktionsgleichungen ist eine lineare Funktion und eine dieser drei Graphen ist auch eine lineare Funktion. Welche zu wem gehört, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar, wenn man linear übersetzt, heißt es geradlinig. Und es gibt nur einen Graphen in diesem Koordinatensystem, das geradlinig ist. Das ist nämlich diese Lilane. Und diese Lilane geradlinige Funktion, die passt genau zu dieser hier Funktion in der Mitte. 0,y ist gleich 0,5x plus 1. Jetzt ist klar, woran man es an einem Graphen erkennt. Aber ich gehe nochmal zurück. Woran erkennt man es, dass es hier um eine lineare Funktion sich handelt? Da muss man eine kleine Vorschrift kennen. Eine lineare Funktion hat den höchsten Exponenten 1. Also x hoch 1 in dem Fall. Das schreibt man natürlich nicht hin, weil x hoch 1 ist das gleiche wie x. Hier kommt ein x² vor. Damit ist es keine lineare Funktion. Das wäre übrigens dieser blaue Graph gewesen. Der passt zu dieser Funktion. Ist nicht geradlinig, weil es eben hier keine Gerade ist und weil es hier ein Quadrat in der Funktion hat oder in der Funktionsgleichung. Hier dieses y ist 1 durch x, wäre dieser schwarze Graph gewesen. Das ist auch nicht geradlinig, erkennt man hier, weil das x im Nenner steht. Und damit ist es nicht in der ersten Potenz hoch 1. Das wenn man nicht ausschreibt, dann wäre das x hoch minus 1. Das kennt ihr vielleicht von den Potenzregeln. Also fallen diese beiden außen weg und nur das ist eine Funktionsgleichung, die eine lineare Funktion in sich trägt. Was kann man jetzt damit anstellen? Man kann zum Beispiel diese Punkte benennen. x und y sind nämlich nichts anderes als Koordinaten. Also ich nehme einen Punkt, wo man die Koordinaten schön ablesen kann, weil sie auf dem Gitternetz liegen. Das wäre in dem Fall der Punkt 3 und 2,5. Das ist also ein Punkt, der auf der Geraden liegt und der erfüllt genau diese Funktionsgleichung. Wie kann man das zeigen? Ich setze einfach die Koordinaten oder die x- und y-Werte an diese Stelle ein. Also für y setze ich 2,5 ein an der Stelle und für x setze ich 3 ein. Wenn man das jetzt auf der rechten Seite berechnet, kommt 2,5 raus. Und 2,5 gleich 2,5 ist eine wahre Aussage, erfüllt also diese Funktionsgleichung. Es gibt aber natürlich auf einer Geraden unendlich viele Punkte und deswegen gibt es auch unendlich viele Kombinationen von x und y, die eben genau diese Geradengleichung erfüllen. Und das Wichtige dabei ist, dass jeder x-Wert genau einen y-Wert bekommt. Das heißt, auf dieser x-Achse kann ich egal irgendeinen Punkt nehmen und ich finde immer einen dazu passenden y-Wert. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass man weitere Zahlenpaare berechnet und eben nicht nur hier abliest, indem der Herr Schmidt da ganz schnell diese Punkte durchsausen lässt? Das funktioniert mit einer sogenannten Wertetabelle. Hier sind bereits 4 x-Werte vorgegeben und ich suche jetzt dazu passend einen y-Wert. Wie funktioniert das? Ich setze einfach in diese Geradengleichung hier oben einen x-Wert ein, in dem Fall für das erste minus 1. Also ich alles ab, nur statt dem x-Wert schreibe ich ein minus 1 rein und dann fasse ich zusammen. 0,5 mal minus 1 ergibt minus 0,5. Plus 1 gerechnet ergibt das Ganze plus 0,5. Und damit habe ich einen y-Wert zu diesem x-Wert berechnet und kann reinschreiben y gleich 0,5. Zu 0 kann ich jetzt im Kopf, ich setze 0 hier fürs x ein und damit erhalte ich y gleich 1. Ich setze 1 ein, dann erhalte ich hier 0,5 plus 1 gibt 1,5. Und wenn ich 2 einsetze, ist mein y-Wert 2. Und wenn ich das Ganze jetzt zeichnen möchte, also so wie es ihr später machen sollt, dann muss ich einfach nur Zahlenpaare verwenden. In dem Fall habe ich jetzt 0 und 1 genommen als Punkt und 2 und 2. Die habe ich eingezeichnet. Und dann, weil eine Gerade bereits durch zwei Punkte gezeichnet werden kann, muss ich nur noch die Gerade zeichnen. Die anderen Punkte könnte ich noch dazu zeichnen. Minus 1 und 0,5 und 1 und 1,5. Die müssen aber genauso auf der Geraden liegen. Also kann ich es durch zwei oder durch vier Punkte zeichnen. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass eine Funktionsgleichung eigentlich ganz viele Zahlenpaare, also Punkte beinhaltet. Und wenn ich ein paar dieser Punkte berechne, kann ich die Gerade zeichnen. Und das war's. Das solltet ihr jetzt in euer Heft übernehmen, abschreiben, zeichnen, wüsste wie geht. Und dann werden wir uns mit Übungen auseinandersetzen. Tschüss und bis bald!